Herzlich Willkommen bei Let's Play Dead Island Definition Edition. Hier ist euer Gamerlogon. Heute machen wir weiter. Jetzt der Part haben wir, ja, Motionen für Titus. Aber kam heraus, ja, Meuterei war. Plus die Untoten kamen. Ja, Mori hat sich geopfert. Dass die Zellfrauen die die Gäste hat. Ach, wir haben schon, Moiz. Erstmal... Waffenreparieren. Reparieren. Hm. Mhm. Möp! Was ist das? Ich bin von hier gekommen Was ist das? 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 Cool Ohne ganze Waffen kann man nicht benutzen Was ist das? 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 Jetzt aber. Jetzt aber. muss er wirklich verstopfen ja 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 Oh, oh, oh. Hey, Aschreiz! Oh, come on! ARD Text im Auftrag von Funk Was ist das? Was ist das? Komm her! Jörg, der ist ja spritzig! Oh, der ist! Oh, der ist! Hm... Oh, der ist ja spritzig! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das war's für heute. Cuckoo. 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 Jaaa. Kehrt wieder Arschstrich. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. 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 Das war's für heute.